Rücken-Info, die DMCV, nochmal die gelbe FK9, zwei Personen, VfR-Flug rüber nach Peenemünde, rollen zum Rollhalt, Piste 09. Ja, das ist korrekt, die 09 und das Gruner 1028. 1028, danke. Das ist ne Rennmaschine hier. So eine fliegt auf der Smudo. Vielleicht ist es. Ja, das wär's. Vielleicht ist es, ja. Why not, ne? Aber bestimmt mal googeln. Welche Kennung der hat. Meinst du, dass das irgendwo online steht? Ja, natürlich, da gibt's irgendwelche Flugplatz-Spotter. Magnet-Check 1, Magnet-Check 2, Arzt. Rettung? Jawohl. Das schneide ich raus. Hehehe. Keine Wichter abflugbereit am Rollhalt, Piste 09. Ja, der Wind aktuell aus Osten, Wind ist zu groß. Jawohl, wir gehen auf die Piste und starten. Charlie-Victor auf der Letztieb Landrunde und die Frequenz, danke, bis zum nächsten Mal. Danke für euren Besuch, guten Flug, bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. Danke. Und die Charlie-Victor im Endanflug auf die 1.3. Victor, Wind 070 mit 1,1 Knoten, lange Landung bitte hinter der Bravo. Ja, lange Landung hinter der Bravo, Charlie-Victor. Die Landezeit 5.5 und bitte jetzt rechts raus und dann links in die Reihe stellen. Und bitte mal da dem Kollegen sagen, dass der das Flugzeug noch drehen soll. Jawohl, mach ich. So, jetzt sind wir in Penemünde gelandet und wir haben den Flieger wie ein Kutter verzurrt, weil hier eine steife Brise geht, wie ihr das seht. Und jetzt geht's an den Strand. Abgeidert. Wir haben den Flieger wiederholen. Auf Manöverstation. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.